Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on, come on, come on. So, wo sind die jetzt? Wo kommen die lang? Bleiben die jetzt da? Oder wie oder was? Was machen die jetzt? Zack. Bombe. So, vielleicht hören die das und kommen. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Kommt jetzt hier her. Ah, die sind nicht hier in meiner Nähe. Wow. Wow. Muss ich mich doch tatsächlich... Hey. Hier dahinter verstecken geht nicht, oder was? So, Kopfschuss. Hey, wieso kann ich mich nicht da verstecken? Was sind denn die jetzt? So, die nehme ich mal wieder mit. Die nehme ich mal wieder mit. Wow. So. Nachgeladen. Haha. Boom. Mach. Boom. Schön boom gemacht. Boom, boom, boom. Alter. Ich sag dir. Du Unfug machst. Ne? Dann komm ich an die Ecke in deinem Knall. So. Hey, wo rennt denn der lang? Was will denn der? So. Endlich. Dich auch bekommen. Ich bekomme euch schon alle. Ihr seid nicht mehr viel hier. Wo steht der eine? Da steht er doch. Das ist er doch, oder? Zack. Kopfschuss. Und jetzt bleibt hier noch der eine übrig. Oh Gott, oh Gott. Jetzt versucht er auch noch abzauern. Ich brauch da die getunete Karre jetzt. Oh, sorry. Komm schon. So, als die Person entkommt. Mir nicht. Mir nicht. Rappen, der F***er. So. Da vorne ist er doch. Das müssen wir jetzt schaffen. Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Dass der einen Unfall baut. Oder dass der ums Leben kommt. Gut, dass wir uns diesen Mitsubishi genommen haben. Mitsubishi Evo soll das bestimmt darstellen. So, schon gerammt. Schön um die Korbe driften hier. Jawohl. So muss eine Verfolgungsjagd sein. So. Steet by Blue. So. Woah. Drive him off the road. Go. So. Move him now. So. So. Eieiei. Zack. Zack. Schützen gehen, schützen gehen, schützen gehen, schützen gehen. Und dahinter noch eine. Zack. Danke, zumindest gefüllte. Scheißegal. Zack. So. Schützen kill. Bleiben wir nicht mehr viel übrig, wa? So. Nachladen. Nachladen. Kommt schon. So. Der ist auch erledigt. So. Der auch. Na, also. Es geht doch. Wow. Zack. Der ist auch weg. So. Scheinten nicht mehr viel zu sein hier. Ja, also. Bedrohung ausgeschaltet. Bendy ist gehackt. Sehr geil. So. Unsere Karos leider schrott. We've got our access to Bloom HQ now. Damn. I'm sorry I doubted you. Why would you doubt me? I'm a realist. Listen. I'm coding a dirty little virus to erase me from their system. Damn, I'm good. And then I waltze into Bloom with my access and your code. What's security like? Oh. Good point. You might call it... Vic? Yeah. Well, let's thin their numbers then. You tracking any of their truck deliveries? Of course I am. Send me the routes and let me make some noise. So, und dann nehmen wir uns hier die schöne Harley. So. Sehr schön. Gut. Wo müssen wir jetzt hin? Dahin. Das ist ziemlich in der Nähe. Kampagne. Dann spazieren wir mal. Oder fahren. Reiten mit unserem eisernen Ross dahin. Ach, was ist denn hier passiert? Komisch. Ist ja alles zerstört da. Hat es wohl einen Kampf gegeben oder so. Wer weiß. So. Unaufhaltbar. Dann starten wir mal. Die nächste Kampagne. Die nächste Kampagne. Okay. Stoppen Sie den Konvoi, bevor er Blume erreicht. Habe ich jetzt noch genügend Ernährungs-SUVs und so? Hier in der Kurve wäre eine sehr geile Stelle. Zum Angriff. Ansonsten stelle ich hier meine Harley hin. Schnell Ernährungs-SUV. SUV, SUV. Bombe. Oh, nein, ach, sie wurden getötet, verdammt, hätte so schön funktionieren können hier, wir hätten, ach, ich hätte zwei SUVs noch haben müssen, oder USVs haben müssen die schön hintereinander gelegt, das wird was gegeben Toll, jetzt muss ich hier die Karre nehmen und nicht mehr das schöne, wendige Motorrad Habe ich noch Annäherungs-SUVs, muss ich erst mal schauen Annäherungs-SUVs, nur noch eine Nur noch eine So, kann ich auch die normale nehmen Zack, und mich hier verstecken sozusagen Mit meinem Sturmgewehr, jetzt müssten sie ja gleich kommen Dann kann ich sie bestimmt hochgehen lassen Und ich kann bestimmt auch noch die andere Annäherungs-SUV Schmeißen Und seit dahin Hoffentlich, ich werde nicht gerne Wow 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 So, 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 nachladen, nachladen Boah, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht Das war klar Scheiße Mann, das ist aber auch schwer Ja, ich brauche viel mehr Bomben-SUVs und Granaten und meine Güte Wo kriege ich denn das jetzt alles her Nirgendwo mehr Scheiße war's Ja, das habe ich doch schon gesehen Menge Möglichkeiten Ja, ja Wie willst du denn eine Menge Möglichkeiten machen Deine Annäherungs-SUVs klappen nicht Boah, was ist denn wieder hier für einen scheiß Verkehr Ja So USD Wie Die 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 Das ist die Person. Wann Jungs, es ist hier einer. So! Wow! Was ist denn jetzt mit mir los? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Komm ich denn da jetzt wieder hoch, hä? Wow! Eine Güte! Was wird denn da ab, hey? Was machen wir denn die? Was hat die da wirklich nähen?